Hallo zusammen, ich bin Julien van Skadea und ich melde mich seit einer sehr langen Zeit wieder zurück mit einem Video. Für die Leute, die den Kanal schon kennen und sich gefragt haben, warum jetzt gar keine Videos mehr gekommen sind. Ich war einfach ausgebrannt, ich habe für Cardano jetzt so viele Videos gemacht und das ging einfach an die Substanz. Ich habe jetzt ein Jahr eine Pause gemacht, war aber trotzdem im Cardano-Ekosystem drin, habe selber an einem Projekt mitgearbeitet und habe mir gesagt, wenn das Projekt wieder fertig ist und ich die Kraft habe, dann fange ich wieder mit den Videos an. Und ja, hier bin ich. Für die Leute, die den Kanal nicht kennen, ich bin Julien, ich bin offizieller Cardano-Ambassador und habe vor zwei Jahren, ich gehe hier mal ganz runter, ich habe vor zwei Jahren angefangen, Videos über Cardano zu machen und habe den Fokus hier gesetzt auf Knowledge-Videos eben. Habe probiert, die Cardano-Blockchain zu erklären und ja, irgendwann, wie gesagt, war das alles so viel auf einmal, dass ich da eine Pause gebraucht habe. Ich bin jetzt aber wieder da, werde in Zukunft wieder vermehrt Videos hochladen, eben mit Blockchain-Knowledge und was viel cooler ist, auch Projekte. Das war eben auch der Nachteil vor zwei Jahren, da gab es einfach keine Projekte. Und ja, jetzt gibt es viele Projekte und jetzt habe ich auch sehr viel Content. Und das bietet sich auch an, einfach mal Videos über Projekte zu machen. Und ja, das ist richtig cool und es hat sich ja auch in dieser Zeit sehr viel getan im Cardano-Ökosystem. Und ja, was wir in dem Video machen, ist einmal ganz kurz über mein aktuelles Projekt drüber schauen, wo ich beteiligt war. Und dann schauen wir nochmal auf den Cardano-Summit 2022, der ist ja kommendes Wochenende. Und ja, schauen wir uns mal das Projekt an, an dem ich jetzt ein Jahr mitgearbeitet habe. Und zwar ist das ein NFT-based Videogame auf der Cardano-Blockchain. Denn wir haben hier eben ein Projekt, wo wir sagen, wir haben unsere NFT-Kollektion und wir wollen basierend auf diesen NFTs ein Videogame entwickeln. Und das eben läuft in verschiedenen Phasen ab. Wir haben einmal jetzt diese NFT-Phase. Die NFTs sind fertig, die kann man schon bei uns kaufen, einfach auf Megaslide-Troopers.io. Und sobald alle NFTs verkauft sind, haben wir dann eben ein Budget, mit dem wir kalkulieren können und können dann eben mit unserem Konzept, Videogame-Konzept, zu den Entwicklern gehen und das Spielen in Auftrag geben. Wir standen da mit den Videogame-Entwicklern auch in Kontakt, beziehungsweise stehen immer noch in Kontakt. Der Punkt ist einfach der, das war auch ein Grund, warum wir da ein bisschen Verzögerung hatten. Die Produzenten saßen oder sitzen immer noch in der Ukraine und wir wissen alle, was da aktuell abgeht. Eben als wir mit denen über das Konzept gesprochen haben, da war eben noch kein Krieg und mittlerweile hat sich das ja geändert. Und ja, das hat das alles schwieriger gemacht. Was eben der Plan ist, wir werden das Budget für das Videogame aufstellen mit diesen NFT-Verkäufen. Und sobald alle davon verkauft sind, das ist eben die Voraussetzung, werden wir dieses Videogame in Auftrag geben. Und ich denke, das ist ein guter, ja, eine gute, wie sagt man, ja, ein guter Konsens, denn wenn sich gar niemand für dieses NFT-Projekt interessiert, dann gibt es auch kein Videogame. Und wenn eben Interesse da ist, dann wird das eben auch umgesetzt. Und von daher, ja, entscheidet die Community letztendlich, ob dieses Projekt umgesetzt wird. Ich werde da jetzt die nächsten Male auch öfters mal ein Video drüber machen und zeigen, was es hier für NFTs gibt. Und ja, also schaut euch die NFTs an. Ihr könnt euch zum Beispiel hier, welchen nehmen wir? Wir öffnen einfach mal den. Da sieht man, der ist noch nicht gemintet. Und hier ist auch der Link zum IPFS, könnt ihr euch anschauen. Und ja, also diese NFTs könnt ihr euch holen und dazu einfach, also hier bei den Instructions haben wir auch ein paar Videos, Anleitungen, wie man die holt. Eben mit Yeroy Wallet, Nami Wallet, Typhon Wallet und so weiter. Und ja, schaut einfach auf die Website und ja, würde mich freuen, wenn euch das Projekt gefällt. Und dann würde ich noch einmal drauf schauen auf den Cardano Summit. Ich weiß nicht, wer von euch schon Bescheid weiß von diesem Summit. Also kommendes Wochenende ist in der Schweiz der Tag der Tage. Und ja, ich glaube, das ist jetzt der erste Summit seit Covid. Ansonsten war das ja jetzt immer virtuell. Und ja, ich freue mich. Ich werde persönlich dabei sein. Ich würde mich freuen, wenn irgendjemand von der Community, von der deutschsprachigen Community auch dort ist. Und ja, vielleicht sieht man sich ja. Und ja, genau, also 19.20.21. Das ist einfach Samstag, Sonntag, Montag. Und ihr müsst euch registrieren für die Mainstage. Das ist in Lausanne in der Schweiz. Und ihr habt aber die Möglichkeit, an ganz vielen anderen Standorten teilzunehmen. Also schauen wir uns an, wo die sind. Genau hier. Das sind diese Community-LED-Events. Und ihr könnt euch da einfach die Städte aussuchen. Also in Berlin habe ich da gerade gesehen. In Berlin gibt es eines. Einfach registrieren. Und ja, wenn ihr woanders lebt, vielleicht lebt jemand von euch in Vancouver, dann einfach dort schauen. Und ja, also ich werde dort sein. Ich werde Videos davon produzieren und hier auch hochladen. Also wenn ihr es nicht schafft, bei Cardano, also in Lausanne dabei zu sein oder bei einem Community-LED-Event dabei zu sein, dann schaut einfach auf diesem Kanal vorbei. Wir werden hier die wichtigsten Sachen hochladen. Und ja, vielleicht geht sich das eine oder andere Interview auch aus. Und wenn man sich hier die Speakers anschaut, ich habe hier eh schon das Fenster offen. Da sind echt sehr interessante Leute dabei. Und ja, also Charles Hoskinson, ich glaube, ist the most valuable person in Lausanne. Und vom Timetable sieht es auch sehr interessant aus. Also da lasse ich mich jetzt einfach überraschen. Ich habe jetzt noch nicht alles durchgeschaut, also komplett den Plan angeschaut. Aber bin überzeugt, dass das recht interessant wird. Ja, das war es mit diesem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Dann verpasst ihr auch keine Videos. Und wir werden uns so oder so hier auf YouTube sehen. Denn ja, ich werde jetzt wieder öfters Videos hochladen. Und dann werden die Videos hoffentlich euch auch vorgeschlagen. Das war es. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und vielleicht sieht man sich auch in Lausanne. Ciao.